Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Heroines Quest. Ich bin euer Chojin und ihr wundert euch bestimmt, wieso steht hier Let's Play 12 Mage? Was ist denn hier los? Ja, ganz genau, ich habe mit dem Magier angefangen. Das wird der ein oder andere sehr wahrscheinlich mitbekommen. Ich laufen also zwei Let's Plays gleichzeitig von dem Spiel separat. Das hat einen bestimmten Grund, weil ich bei Video 33 jetzt von meinem Haupt-Let's Play dran bin. Ich habe aber das Problem gehabt, dass ich mich zu weit vorwage schon und ihr sollt ja mitspielen, eher mit Let's Play sozusagen und dann auch Kommentare reinschreiben. Und wenn ich zu weit vorstürme, ist das ein Problem. Das ist nicht so gut. Und deswegen habe ich gedacht, spiele ich doch als Magier, sehe die Unterschiede, was da alles so gibt. Und das ist eigentlich auch ganz geil. Jetzt ist das Problem, dass ich in wesentlich kürzerer Zeit bis zum Let's Play 32 im Endeffekt schon hingespielt habe. Und ja, mit zwölf Videos, die zwar auch was länger gingen, immer so zwischen 30 und 40 Minuten, bin ich jetzt schon an dem Punkt in etwa angekommen mit dem Magier. Das hat aber natürlich den Grund gehabt, dass ich einen zweiten Durchlauf habe, schon wusste, wie ich vorgehen muss und auch nicht alles angeschaut habe, was da ist und dergleichen und jeden Text vorgelesen habe. Das läuft halt ein bisschen separater. Also wen es interessiert und gerne wissen will, wo sind die Unterschiede beim Magier, wie spielt der sich, schaut es euch mal an. Es ist wesentlich interessanter vom Kampfverhalten her, weil es ist viel, viel schwieriger gemacht, was das Kämpfen betrifft. Der ist nicht ansatzweise so stark. Ja, und jetzt bin ich genau an der Stelle, dass ich in, wie hieß die Gegend, Svartalfheim oder so ähnlich, da bin und im Endeffekt mit den Kristallen rumhantieren muss. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das gelöst habe mit den Kristallen und deswegen spielen wir jetzt erstmal als Krieger weiter und ja, schauen mal. Ich weiß auch nicht, wann ich hier die ersten Videos von hochlade. Ich habe in den letzten zwei Tagen halt diese zwölf gemacht oder eher gesagt diese elf und bin nicht dazu gekommen, zu schauen, was ich überhaupt jetzt, ja, wie ich das mit den Kristallen lösen muss. Darum kann ich jetzt als Magier erstmal nicht weiterspielen. Und wir schauen mal als Krieger. Also das war ja dieses Rätsel. Und da kommen wir nicht weiter. Wir müssen schlafen. Aber wir hoffen, dass jetzt hier was Neues ist und ich jetzt nicht da rauskomme. Aha. Also wir sind in irgendeiner Elfenstadt gelandet und wir gehen alles mal durch, würde ich sagen. Oder haben wir irgendwas, was ich gar nicht sagen will. Na gut, schau mal. Wer bist du, Svartalf? One wishes it to be known, that this Svartalf bears the name of Fafnir the Glorious. One likes to view this Svartalf as a legal and a leading figure among the denizens of Svartalfheim. Den sollte ich doch töten in Fafnir. Der hat irgendeine Truhe, irgendwie so rum, war das doch, ne, von dem, wie ist er Regen? Der Regen wollte das. Na, fangen wir das erstmal. I am most impressed by Nid-a-Valir. One knows that this city bears the name of Nid-a-Valir. One believes that Fafnir the Glorious is the destined ruler of this city. Have you been to Midgard? One has little interest in such lands as that. In all the nine worlds, one must find more interesting places to travel to. The chosen one. Your brother sent me to you. Das stimmt nicht. Have you seen a human child? One believes that one speaks of a male human of young age. Is it not? Yes. One has witnessed dialogue between one's fellow citizen Skrymir and the troll known as Trivaldi. One may find the child in Skrymir's care at the east of one's village. Dankeschön. Also irgendwo im Osten ist er wahrscheinlich da drin, das sieht da so böse aus. Please tell me about Svartalfheim. One thinks that if one should wish to familiarize oneself with this splendid realm, one should traverse it. Also das sage ich jetzt erstmal nicht, das will ich austesten. Ich vermute, das ist ja eine Lüge wieder. Die wollen wir nicht machen, weil es nicht ehrenvoll ist und unser Krieger darf das nicht. I bid you farewell. Und ich habe öfters gelogen als, ähm, wo bin ich überhaupt? Ich sehe mich gar nicht. Hier sehe ich die zwei, aber wo bin ich? Seht ihr mich? Oder bin ich das da oben? Ha, ich bin das da oben, okay. Ja, es ist ziemlich schräg. Dann wird er das gewesen sein. Fafnir ist das Svartalf, with a regal bearing clad in elegant and expensively crafted clothing. He or she appears friendly, aber in a vaguely condescending way. Keine Ahnung, was das heißt. Okay, aber scheint freundlich zu sein, wer weiß, aber das kann ja alles täuschen. Wir sind recht überladen. Ich muss mal gerade schauen, das ist ja jetzt schon ein paar Tage bei mir wieder her. Ja, da haben wir diesen Supertrank. Also echt interessant mit der Magian, wie das alles anders ist und dergleichen. Das ist schon ganz nett gemahnt. Aber da habe ich auch ganz viel gelogen. Und um zu sehen, wie das dann so anders rauskommt bei den Gesprächen. Und das hat eigentlich nie in Nutzen groß gehabt. Eigentlich nicht. Warum versuchen wir das jetzt mal? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Your brother sent me to you. Indeed. One wonder what one protocol brother is up to. One recall said brother fleeing from Nida Valir. Leaving quite a mess behind. In truth, he sent me here to kill you in revenge for killing his father. One is shocked to hear that. One wonders, however, if one's brother has offered any evidence of this wild accusation. Jetzt bin ich total verwirrt. Regan war der Bruder? War das ein Elf? Habe ich das nicht erkannt? Der sah aus wie ein Mensch. Das ist ein Halbbruder, sehr wahrscheinlich. Habe ich aber da nicht richtig mitbekommen. Da habe ich den Text falsch verstanden. Ich habe gedacht, der Bruder vom Regan wurde umgebracht von Fafnir. Und er will jetzt Rache. So habe ich das verstanden. Habe ich wohl falsch verstanden. Regan hat nicht gezeigt. Hm 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 Oha! Ja, das ist natürlich jetzt interessant. Also der Regen scheint wohl ein Dunkel-Elf zu sein. Einer von denen hier. Und deswegen wusste er auch genau, wie die Kombination ist, die wir brauchen, um in diese Welt zu kommen. Und tut sich irgendwie durch irgendeinen Zauber als Mensch ausgeben. Das ist sehr interessant. Und jetzt bietet uns der Bruder an, dass wir ihn umbringen dafür und da richtig groß belohnt werden. Ja, aber eigentlich will ich ihn nicht töten für dich, aber kämpfe ich dann jetzt direkt gegen dich? Eigentlich will ich für niemanden den anderen umbringen. Das ist schon ziemlich doof. Okay, und könnten wir jetzt einfach dich angreifen? Ich lasse sowieso, neu ist er wahrscheinlich. Das sword will quickly lose its edge, if you were to click it and everything in your vicinity. Ich habe gesagt, wieso kannst du nicht da? Hau ihn tot. Hm. Geht definitiv nicht. Okay. Laden wir mal neu. Vielleicht bringen wir ihn ja doch um den anderen. Oh, hups, das wollten wir nicht. Ah. Er scheint ja so recht nett zu sein. Hm. Also das ist schon ziemlich schräg hier. Das heißt, wenn ich hier rüber gehe, dann komme ich auf der anderen Seite raus. Ist das korrekt? Ah, dann kommt er da einfach runter. Oh, okay. Das bringt uns natürlich nicht weiter. Oh, jetzt ist er auch nicht mehr da. Gehen wir mal da durch. Vermute ich komme dann da raus. Ja. Okay. Schauen wir uns mal um. Sparkling water shots from the fountain, then seemingly turns into snowflakes, as it slowly drifts down into the pool. You have never seen a fountain as elegant and ornate as this. Oh, hübsch. Definitiv. Diese Pixel. Wondervoll. One is happy to say, that one has made one's own contribution to the elegant decoration in Nid-Valir. One prefers naturally grown crystal to handmaid craft. Mhm. Bist du Kerl, der jetzt da redet? Sehen tue ich nämlich nicht mehr. As you climb up the stairs, the Svartal city of Nid-Valir shines down at you from the ceiling. Or perhaps it is you who is on the ceiling, with the city defining itself as the foundation of these caves. Speaking of caves, you spot a big one to the east, under the waterfall. Hm. Ich vermute, da ist der andere drin. Das hier ist ein Kristall, oder? One is happy to say, that one... Ja, du magst Kristalle und machst da gerne Sachen draus. Nothing happens as you touch these crystals. That's good. You don't feel like solving another sequence puzzle. Ja, wohl wahr, weil ich es noch immer gar nicht weiß, wie ich es gelöst habe. Ähm. Können wir da was abhacken davon? Ist ja wahrscheinlich nicht... Bitte dann sauer war ich das mal. Können wir von dem Wasser was nehmen? As you hold your hands under the water, a snowflake lands on your fingertip, then quickly melt the way under your body heat. Okay. Gehen wir da rein. Passiert nix? Doch. Uh, wir können in jedem Gebäude hier was machen. Das ist eine richtige große Stadt wohl. Du siehst mir nachher in einer Schmied aus. Ein Studium in immoveable Objekten. Ich hatte in einer ersten Version für einen Brückentroll. Das heißt, der Brückentroll, wo wir nicht durchkamen, so, der hat davon nur so eine Vorgängerversion und das ist der Prototyp. Ja, also er hat nur den Prototyp und das hier ist die finale Version. Da will ich nicht wissen, wie geil die Schilder sind. Also du tust wesentlich cooleres Kram herstellen, als es in unserer Welt sie wahrscheinlich gibt. I'm busy, so keep this brief. What is it? What is your name? I am Antvari, the craftsman. Some have called me the great or outstanding or other such superlatives, but I care not for their praise. True art is made for the sake of it. What can you tell me of Nedar Valer? What am I? A tour guide? Look around you, for you are standing in it. Öffne deine Augen und fokuss dich, Mensch. Was kennst du von Fafnir? Ja, eines der anderen, Svartalfa. Was von ihm? Er hat immer Gems und Gold und so, aber er hat die Gelegenheit, um alles praktisch aus ihnen zu kraft. Hm-hm. Vielleicht hätte ich ihm das Schwert geben müssen, aber es ging ja gar nicht. Wenn der Gold braucht, vielleicht hätte ich das vorher irgendwie kaputt machen müssen, weil es ging ja kaputt. Habt ihr in einem Zirkel von Runic-Stonen? Ah, ja. Ein elegantes Stück von Arbeit, ist es nicht? Es ist älter als ich bin und verbindet acht der neun Welten. Und es ist egal, dass die Menschen in den Welt, wo sie befinden, sodass sie nicht in den falschen Ort stehen, für keinen Grund. Ich hoffe, für deine Sache, dass du eine gute Grund für hier zu gehen. Aber save deine Geschichten für jemand anderes, Mensch, denn ich bin beschäftigt. Das ist die Elegante, Kat. Habt ihr die Kassim in der Nähe von hier gesehen? Oh, ich habe plans für eine Brücke, irgendwo in meinem Werkzeug. Ich bin sicher, dass ich ein paar Jahre zu bauen in einem Jahr. Und bis dahin, ihre Farseide wird ein mysterium für dich. Aber ich glaube nicht, dass ein Mensch, dass es sich magisch durchführen würde. Bitte erzähl mir über Svartalfein. Es ist unser Reich. Wie es oder nicht, es wird so sein, wie es ist. Hast du etwas besser zu tun, als zu fragen, was sehr klar? Hast du zu Midgard? Ja, ja. Der Mensch ist schlappig und verorganisiert. Manche von Kunst und Kunst. Es hat keinen Fall für mich. Und die Sonne ist schlecht genug, um die Svartalfe zu schnauern. Alvis und Atri sind immer für Menschen trinkets, so poor in taste, sind sie? Und dann Alvis disappeared, das zeigt dir, warum, dass du von Menschen ausführen solltest. Die Svartalfe zu schnauern. Hast du gesehen ein Mensch? Ja, das wird auf jeden Fall deine Höhle sein. Aber bevor wir hier noch weiter rumhandieren und irgendwie sterben, weil wir total übermüdet sind, werden wir gleich mal einen Sicherheitsspeicherstand machen und nach Süden wieder runterrennen, raus aus der Stadt und unten bei der warmen Quelle versuchen zu schlafen. Oder wir versuchen schnell hier was zu finden. Wir versuchen erstmal hier was zu finden. Vielleicht gibt es so eine Art Taverne. Vorher schauen wir aber nochmal nach Waffen. Ja, da musst du was super geiles für mich herstellen. Ja, da musst du was super geiles für mich herstellen. Oh, das war wohl ein Fehler, den so anzukacken, deswegen. Äh, hoffentlich haben wir da nicht ein Problem mit jetzt. Ich hätte mir bestimmt was cooles machen können. Perpetuum Mobile. Ich erwarte nicht, dass du dich verstehen kannst, aber stehe... Hm. Okay. Wir müssen erstmal schauen, wie wir hier... Ich glaube, wir kamen von unten. Geht es irgendwo runter? Ne. Das ist glaube ich nur ein Kulli-Deckel. Wir müssen mal schauen, was hier alles gibt für Gebäude. Die beiden Elfen sind nicht mehr da, aber wir haben hier noch... und hier glaube ich noch Gebäude und vielleicht sogar da. Schauen wir mal da rein. Doch, da ist ja einer. Ich glaube, das ist sogar der... Fafni, kann das sein? Äh... Ja. Schräg alles. Können wir hier pennen? Mhm. Mhm. Haben Sie Haimi gesehen? Ignorant, Ami, wie ein Haimi ist. Sincere, meine Entschuldigung. Ich schaue für ein menschliches Kind. Ich bin interessiert, Ami, warum hast du das nicht gesagt? Sicher, Ami, dass ein Troll ein menschliches Kind in unsere Stadt gebracht hat. Ich sage, Ami, dass du die Passage in der nördlichen Körnern suchen würdest. Alle sagen, wir sollen da hin, wir gehen da aber noch nicht hin. Wir wollen erst mal schauen. Wer bist du, O Svartal? Ich bin froh, dass ich dir sagen, mein Name ist Atri. Ich bin stolzer Verlehrer und Verlehrer von Trinkets, Gizmos und Ronkles aus allen den neun Welten. Unmatcht ist meine Sammlung in allen Svartalfheim. Mhm, ja, wir können schon coole Sachen kriegen, aber sehr wahrscheinlich wird sie irgendwas aus unserer Welt haben dann. Ich bin größt mit Niedervalir. Ancient ist die Stadt der Svartalfar. Crafted ist Niedervalir von Magik und Metall, Artistik und Alloy in der sehr heart von Svartalfheim. Welkommen ist es für alle Welt, von Troll zu Human und von Serserf zu Aesir. Was du wissen von Fafnir? Persistent ist Fafnir in collecting things, wie ich bin. Baffled Ami, zu sein, zu sein, Bland und tedious sind seine Gemstone und Trinkets. Lacken, sind sie in Storien hinter denen, außerhalb von den Etagen, die von mir erledigt sind. Innamoriert ist er von einer Gemstone-Kavern, die er irgendwo in Svartalfheim gefunden hat. Frequentlich ist er dort gefunden. Das wird die Höhle im Südosten sein, da können wir ihn wahrscheinlich auch töten, falls wir wollen. Tell me about Anvari. Das ist ein Dann kann es von Anvari von Fafnir und Technologie von Anvari schattet seine Erdbewerbs von den Kiel von Gele Erdbewerbs Erdbewerbs Er hat ihn gesehen, Alvis? Er hat ihn schon lange verloren. Ich bin gespannt, was er von ihm geworden ist. Er ist sicher, dass er andere Lande verletzt wird. Er ist sicher, dass er von einer outside force ist. Er ist sicher, dass er irgendwelche News von ihm ist. Es gibt irgendwelche Svartalfar-Svartalfar? Die Svartalfar sind alle Svartalfar, die ihre Art der Illusion zu sehen, wie sie wollen. Die Male kann als eine Frau sehen, wie sie eine Frau sehen, wie sie. Ihr Geschäft ist das nicht. Er sind die Menschen über ihre Gendere, aber das ist das private für uns von Svartalfar. Er sind die Muschröme zu den Kaffeln? Er sind die Muschröme zu den Flüten unter dem Boden. Sie sind die Color, wie sie sie als auch sie lieben. Sie sind die Reden Muschröme, aber nur zu Svartalfar. Sie sind sie zu Menschen, so weit wie ich weiß. Oh, davon haben wir zwei, glaube ich. Das müssen wir merken. Haben Sie in einem Zirkel von Runic-Stonnen? Wichtig ist es für mich, dass die Gäte Zugang zu den neunen Wörtern gibt. Es ist nicht freundlich, dass wir von den anderen acht Gehörern bekommen. Ich bin froh, dass ich die Wäsche, die sie haben gebracht, die ich in meinem Haus bezeichne. Ich bin froh, dass ich, wenn der Flimbelwinter beendet hat, ich bin froh genug, dass ich mit mir selbst befreundet bin. Ich bin froh, dass ich da 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 bin. Interessant bin ich, dass ich da bin, dass es in Midgard gibt. Ich bin froh, dass ich die Schwanzbegriffe, eine Art Schwanzbegriffe, die sich in eine menschliche Schwanzbegriffe transformiert. Bezahebar muss sie in menschliche Form sein, denn in dieser Form wird sie sein, wenn ein menschliche Schwanzbegriffe ihre Wände zu stehlen. Ich bin froh, dass wir noch nicht getroffen haben. Hm. Schon gerne, aber was willst du denn haben? Brauchen wir den Spiegel? Ich weiß nicht, ob wir den nochmal brauchen. Das ist besser, dass es hier unten ist, um zu bezahlen. Die Strecke ist für dich benutzt. Okay. Auf mein Weg. Das Problem ist... Hä? Geht das nicht? Wahrscheinlich muss ich das so benutzen, ne? Aber wir sollten eigentlich rauskommen. Das ist so strange hier. Wir müssen unbedingt erstmal schlafen. Das heißt, wir rennen jetzt doch besser mal zurück. Ich glaube, das mache ich gerade ohne euch. Und wir sehen uns dann gleich hier wieder. Bis demnächst. Euer Chojin.